Hi, ich bin Lina von Steiner Straps, Expertin für Gitarrengurte und in diesem Video zeige ich dir, wie du die richtige Lochgröße für dein Steiner Gitarrengurt bestimmst. Und so funktioniert es. Zur Ermittlung der richtigen Lochgröße misst du einfach den äußeren Durchmesser des Gurtpins. Sollte dieser bis 14 mm Außendurchmesser haben, ist die Lochgröße 8 mm bei Standardgurtpinnen. Diese Lochgröße ist passend für alle Gitarren, Bässe und Ukulelen mit den von Haus aus vorinstallierten Gurtpins. In der Regel sind diese trichterförmig oder rund. Für diese Gurtpins eignet sich daher ein Gurt mit 8 mm Loch und Schlitz auf beiden Seiten. Ab 15 mm Außendurchmesser ist die Lochgröße 10 mm beim Maxi-Gurtpinnen. Wenige Gitarrenmarken verbauen größere Gurtpins an ihre Gitarren, zum Beispiel PRS-Guitars. Der Durchmesser der Scheibe liegt bei circa 15 mm. Für diese Maxi-Gurtpins ist ein 10 mm großes Loch sowie der Schlitz auf beiden Seiten notwendig, um den Gurt über die äußere Scheibe zu stülpen. Wenn deine Gitarre nur einen Gurtpin am unteren Teil des Korpuses hat, misst du einfach den Durchmesser, wie gerade schon erklärt. Der obere Teil wird dann mit der mitgelieferten Kordel am Gitarrenhals befestigt, alternativ mit unserem Strap-Button. Ein ausführliches Video, wie die Befestigung mit Kordel und Strap-Button funktioniert, findest du hier oben rechts verlinkt oder in der Videobeschreibung. Wenn am unteren Gurtpin ein Kabel eingesteckt wird, ist die Lochgröße 10 mm einseitig bei Klinkenbuchse. Wenn du eine Gitarre mit Tonabnehmer hast, kann es sein, dass der Anschluss für das Kabel gleichzeitig als Gurtpin dient. Um den Gurt auf diesem Anschluss am Korpus zu befestigen, ist ein 10 mm Loch mit Schlitz notwendig. Der andere Gurtpin am Hals ist in der Regel ein Standardpin mit 8 mm. Bei der Auswahl dieser Lochgröße erhältst du einen Gurt mit 8 mm Loch vorne und 10 mm Loch hinten. In seltenen Fällen ist der Durchmesser des Klinkenanschlusspins unter 14 mm. Hier reicht dann auch die 8 mm Standardgröße. Wenn du ein bereits installiertes Gurtsicherungssystem hast, ist die Lochgröße 10 mm bei Schaller-Locks. Wenn du das Gurtsicherungssystem von Schaller, Warwick, Dunloop oder Locks benutzt, empfehlen wir die Lochgröße 10 mm Loch bei Schaller. Da das Loch genau über das Gewinde passt, ist hier kein Schlitz notwendig. Bei Auswahl dieser Lochgröße erhältst du einen Gurt mit 10 mm Loch vorne und 10 mm Loch hinten, jeweils ohne Schlitz. Bitte beachte, dass diese Variante nur als Echtleder verfügbar ist. Wenn du veganes Leder möchtest, bekommst du bei dieser Auswahl das größere Loch mit einem Schlitz. Jetzt hast du alles über unsere Steiner Lochgrößen erfahren und wenn du noch weitere Fragen zu dem Thema hast, schreibe mir gerne eine E-Mail. Wenn dir das Video gefallen hat und du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal, deine Lina.